Hey da draußen, hier sind wieder Strong und Flex und heute zeige ich dir ein paar Übungen, die sozusagen schnelle erste Hilfe bei einem steifen Nacken oder Nackenverspannungen sind. Okay, dann zeige ich dir jetzt drei schnelle Übungen, die man machen kann, um die Halswirbelsäule und den Nacken ein bisschen zu bearbeiten. Wir brauchen dafür auch gar nicht so viele Tools. Ich hätte gerne ein Teraband und ein Handtuch. Das Teraband braucht es nicht unbedingt, das Handtuch wäre empfehlenswert. Und als nächstes, als erstes machen wir den Nacken erstmal ein bisschen warm, beziehungsweise versuchen mehr Durchblutung reinzubringen und dadurch schon mal ein bisschen mehr Verspannung zu lösen. Das kannst du über ganz normales Schulter-Nacken-Kreisen machen, 20, 25, vielleicht sogar 50 Wiederholungen, dass da auch gut Bewegung reinkam, vorwärts wie rückwärts. Du kannst dir auch ein bisschen Gewicht in die Hände nehmen und so rumkreisen oder du machst es gleich schon so wie ich. Du gehst in den Vierfüßlerstand, weil das führt uns nachher gleich in die nächste Übung rein und versuchst von hier aus mit den Schultern so groß wie möglich zu kreisen, ohne den Ellbogen einzubeugen. Auch hier die Wiederholungszahl macht, sich will durchbluten. Also, naja, 25 Wiederholungen aufwärts in beide Richtungen. Habe ich das gemacht, komme ich gleich in die nächste Übung. Jetzt kommt das Theraband zum Einsatz. Das brauchst du nicht unbedingt, aber es hilft einfach, weil der Körper lernt halt toll mit Impulsen und das Theraband gibt mir halt diesen Impuls, dass ich ihn ein bisschen leichter ansteuern kann. Das Theraband kommt jetzt quasi hier um den Nacken. Dann fixiere ich das Theraband mit meinen Händen, wie in der Übung gerade eben davor. Gleiche Position, Arm ist gestreckt. Nur jetzt arbeite ich nicht mehr in den Schultern, sondern ich schiebe mich aus den Schultern raus, lasse den Arm gestreckt, ziehe das Kinn aktiv in die Kehlgrube. Ich hoffe, man hört mich noch. In die Kehlgrube. Und jetzt versuche ich mit langem Nacken den Kopf nach oben zu schieben. Also ich arbeite gegen den Widerstand des Therabands. Halte vielleicht zwei, drei Sekunden am höchsten Punkt und gebe wieder nach. Es ist enorm wichtig, dass du nicht anfängst, nach oben zu schauen, also der Bewegung zu folgen, sondern das Kinn wirklich an Ort und Stelle zu lassen, dass du mit geradem Nacken hier hochgehst. Davon hätte ich gerne 20 Wiederholungen. Wenn du das Theraband nicht hast, ist gar kein Problem, dann ist das hier deine Position und die Schwerkraft wirkt ja sowieso nach unten und dann ist der Kopf eben dein Gewicht. Nacken bleibt lang und du schiebst eben deine Wiederholungen nach hier raus. So, jetzt sind wir gerade noch in der Achse geblieben. Das war jetzt noch der einfache Teil. Jetzt kommt das Handtuch zum Einsatz. Mit dem Handtuch, das falten wir erstmal so ein bisschen ein. So ungefähr. Mit dem Handtuch versuche ich jetzt quasi den Therapeuten zu mimen. Es geht ja um eine schnelle Selbsthilfe. Ein guter Therapeut kann nicht ersetzt werden. Aber jetzt versuche ich mir mal so mehr oder weniger den Handtuchtherapeuten hier hinzustellen. Ihr versucht das Handtuch quasi nach vorne rauszuziehen, sodass ihr Druck mit dem Handtuch auf die einzelnen Wirbelkörper bekommen. Wir wollen jetzt die Wirbelkörper durch den Druck ein bisschen führen. Und jetzt mal angenommen, die linke Seite ist die, die bei mir jetzt ein bisschen schlimmer ist. Also wenn ich den Kopf nach links drehen möchte, zwickt es halt schon und ich kann den Kopf gar nicht weit rotieren. Jetzt kommt der fiese Teil. Ich gehe in die Rotation. Ich arbeite mit dem Handtuch an meiner Wirbelsäule, an meiner Halswirbelsäule nach vorne. Meine rechte Hand führt jetzt in dem Fall die Bewegung, indem ich den Kopf dann gleich zur Seite mitnehme. Und die linke Hand drückt weiterhin schräg raus, dass ich Druck auf den Wirbel selber ausüben kann. Das heißt, ich kann natürlich hier auch verschiedene Höhen probieren. Und jetzt, ich drehe den Kopf etwas aktiv mit, aber das Handtuch führt die Bewegung. Ich versuche so weit ich kann in die Rotation zu kommen. Nicht in den Schmerzübel rein, sondern an den Schmerz ran. Zug und drehen. Zug und drehen. Zug und drehen. Zug und drehen. Und hier versuche ich jetzt 20 Wiederholungen hinzukriegen. Wie gesagt, wir können die Höhe von dem Handtuch variieren. Da, wo du das Gefühl hast, oh ja, da brauche ich die Hilfe. Und da tut mir auch dieser Druck, den ich hier erzeugen kann, auf der Halswirbelsäule sehr gut. Es macht nicht Sinn, so viel zu ziehen, dass der Kopf vorne hängt. Sondern so, dass du eine leichte Führung bekommst. Und wie gesagt, nicht mega in den Schmerz rein, sondern an den Schmerz ran. Und gibt hier quasi nur eine aktive Hilfestellung. 20 Wiederholungen, dann am besten die andere Seite. 20 Wiederholungen. Und dann wäre am besten, wenn wir noch einmal kurz an die Stange gehen. Gut, und als letztes könnten wir jetzt nochmal probieren, ein bisschen Platz in der Wirbelsäule selber zu schaffen. Über das Hängen. Also einfach in irgendeine Stange ranhängen. Die Füße kannst du am Boden lassen oder auch komplett abheben. Auf jeden Fall will ich ein bisschen Entlastung haben. Vor allem auch in der Brustwirbelsäule. Dass die Halswirbelsäule vielleicht auch ein bisschen Spiel kriegt. Und dann versuchen wir aus der Position den Kopf geradeaus nach vorne zu schieben. Und wieder zurück zu kommen. Bitte nicht nach unten, sondern eher nach vorne. Und zurück. Das machen wir so ungefähr 10 Mal. Vielleicht haben wir Glück und können die Halswirbelsäule nochmal ein bisschen besser freispielen. Und dann haben wir es auch schon. Okay, soviel zu den Übungen. Ein steifer Nacken- und Nackenverspannung sind sehr hartnäckig. Das heißt, hier brauchen wir deutlich mehr Volumen. Das bedeutet, du musst halt diese Übungen, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, ein bisschen öfters machen. Vielleicht drei bis fünf Durchgänge. Und auch am besten über den Tag verteilt öfters einen Reiz setzen. Damit die Nackenmuskulatur einfach weiß, okay, ich werde hier aufmodellisiert. Und das heißt, ich kann nicht verspannt bleiben. Ich muss schnell wieder lösen. Soviel zu den Übungen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich konnte dir ein bisschen helfen. Wie du mir helfen kannst, ist, wenn du einen Daumen nach oben für das Video da lässt. Kommentare gerne unten ins Kommentarfeld rein. Abonnier uns, falls du es nicht getan hast. Danach Glocke aktivieren. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Hier drüben gibt es zwei unserer letzten Videos. Und dann bin ich wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.